Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was aus dem Dutch Oven. Wir machen heute schwedische Hackbällchen One Pot. Also es gibt alles aus einem Topf. Und was wir dazu brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also kommt mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Wir brauchen natürlich Hackfleisch für Hackbällchen. Wir haben hier ungefähr 500 Gramm Rinderhack. Wir haben ein paar Champignons, ein bisschen Rinderbrühe. Wir haben hier Nudeln. 500 Gramm Nudeln. Dann haben wir ein bisschen Parmesan, Sahne, Milch, Eier, Zwiebel. Aber ihr kriegt natürlich die ganzen Zutaten auch wieder unten in der Infobox. Also schaut einfach nach. Da kriegt ihr alle Mengenangaben. Ansonsten seht ihr ja alles. Wir müssen gleich verarbeiten. Also wir müssen jetzt ein bisschen was am Hackfleisch machen. Der Grill ist schon am Vorheizen oder am Kohlen durchglühen. Der braucht noch ein bisschen. Und wir können ein bisschen was vorbereiten. Also kommt mal rüber. Für unser Hackfleisch brauchen wir jetzt noch ein bisschen Zwiebel. Wir nehmen jetzt nicht die ganze Zwiebel fürs Hackfleisch. Wir tun später noch was in die Soße mit rein. Aber jetzt müssen wir die erstmal klein schneiden und schälen. Dafür braucht ihr aber nicht dabei sein. So, unsere Zwiebel haben wir geschnitten. Davon wandert jetzt ungefähr ein Drittel mit ins Hackfleisch. Den Rest tun wir uns erstmal auf die Seite stellen. Und dann müssen wir noch ein bisschen Petersilie schneiden. Und dann treffen wir uns bei den Bällchen machen wieder. Also tun wir das jetzt erstmal hier rein. Und ein Drittel da rein. Jetzt haben wir hier uns ein bisschen Petersilie gezupft. Und die werden wir uns jetzt einfach fein hacken. Und dann kommt die auch noch mit ins Hackfleisch. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir die Petersilie geschnitten. Und jetzt wandert die auch hier rein. So, jetzt haben wir hier unser Hackfleisch. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen Paniermehl. So Semmelbrösel könnt ihr nehmen. Mengenangaben kriegt ihr natürlich unten in der Infobox. Dann haben wir hier noch ein bisschen Steakpfeffer, Salz und Muskat. Das kommt jetzt auch noch mit hier dazu. Und jetzt kommen noch zwei Eier. Das sind jetzt zwei kleine Eier. Ihr könnt natürlich auch ein großes nehmen. Kommt ungefähr aufs gleiche raus. Und das hier müssen wir jetzt noch zu einer gleichmäßigen Masse verkneten. Also, legen wir mal los. So, unsere Masse ist fertig vermengt. Jetzt gehen wir hin. Und jetzt könnt ihr euch Bällchen formen in der Größe, die ihr wollt. Ich will jetzt gar nicht so große Bällchen haben. Die sollen schon recht klein sein. Lieber ein paar mehr. Und ja, so die Größe tut's. Die machen wir uns jetzt alle. Und dann geht's schon an den Pilzen und dann am Topf weiter. Also sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Hackbällchen sind fertig. Die stellen wir uns jetzt zur Seite. Und jetzt nehmen wir uns noch unsere Pilze. Die müssen wir uns jetzt auch noch schneiden. Die mache ich jetzt gerade noch ein bisschen sauber. Und dann geht's los. So, jetzt müssen wir noch unsere Pilze schneiden. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach ein Stück von dem Strunk ab. Und dann tun wir die uns hier erstmal vierteln. Und je nachdem wie groß ihr die haben wollt, könnt ihr die jetzt auch noch mal ein Stück kleiner machen. Und dann tut's das. Und das machen wir jetzt erst mal mit allen. So, unsere Pilze sind auch fertig geschnitten. Und jetzt geht's am Topf los. Jetzt treffen wir uns am Grill wieder. Also kommt rüber. So, unseren Topf haben wir aufgestellt. Da geben wir jetzt ein bisschen Öl rein. Wir haben jetzt erstmal direkte Hitze. Also wir haben die Kohlekörbe jetzt direkt unter dem Topf stehen. Jetzt lassen wir das Öl gerade ein bisschen warm werden. Und dann kommen unsere Bällchen rein. So, das Öl ist schön heiß. Und jetzt kommen unsere Bällchen langsam rein. Und die tun wir uns jetzt von allen Seiten erstmal ein bisschen anbraten. So, jetzt sind wir alle Bällchen drin. Die braten wir uns jetzt an. Und dann kommen gleich die Pilze dazu und die Zwiebeln dazu. Da sehen wir uns aber gleich wieder. Also bis gleich. So, unsere Bällchen kriegen langsam Farbe. Jetzt nehmen wir unsere Pilze und tun die schon mal rein. Und die tun wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen mit anbraten. So, unsere Pilze sind langsam auch angebraten. Und jetzt geben wir noch unsere Zwiebeln dazu. Die tun wir jetzt auch noch kurz mit anschmoren. Und dann geht es an die Soße. So, jetzt hat alles schön Röstaromen bekommen. Und jetzt gehen wir hin und schütten erstmal unsere Rinderbrühe rein. Das sind jetzt 600 Milliliter. Dann kommt 200 Milliliter Milch mit rein. Und 200 Milliliter Sahne. Das verrühren wir jetzt erstmal gut. Und dann kommen unsere Nudeln mit rein. So, wenn wir jetzt alles schön verrührt haben, kommen jetzt unsere Nudeln mit rein. Und die müssen wir jetzt versuchen, schön in die Soße zu kriegen. So, jetzt haben wir die Nudeln mit den Fleischbällchen getauscht. Die Fleischbällchen liegen jetzt oben drauf. Die Nudeln können unten in der Soße jetzt schön weich kochen. Und dazu nehmen wir uns jetzt den Deckel, machen den drauf und wir sehen uns gleich wieder. So, als letztes müssen wir uns noch ein bisschen Parmesan reiben. Dafür habe ich jetzt hier eine Reibe. Und jetzt tun wir uns das erstmal schön runterreiben, das Ganze. So, unseren Parmesan haben wir gerieben. Die Menge sollte ungefähr lang. Das geben wir jetzt gleich am Ende dazu. Und dann wird das Ganze so ein bisschen schlotzig. Gibt ein bisschen Umami-Flavor mit rein. Da treffen wir uns aber gleich wieder. Wenn die Nudeln langsam weich werden, kommt das noch dazu. Also sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Nudeln sind jetzt schon fast komplett weich. Und jetzt kommt hier unser Parmesan noch mit rein. Den geben wir jetzt einfach hier drüber und rühren uns den dann jetzt noch unter. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann kommt das Ganze runter und dann können wir probieren. Ha, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir es schön untergerührt. Alles schön schlotzig. Ihr seht das jetzt hier. Schön gebunden. Und jetzt holen wir das Ganze runter und dann probieren wir. Also sehen wir uns gleich wieder. So, unser One-Pot-Gericht ist fertig. Unsere schwedischen Hackbädchen sind fertig. Das hat richtig gut gerochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, ob es genau so schmeckt, wie es gerochen hat. Und dafür habe ich hier schon mal eine Gabel besorgt. Ich freue mich schon auf die Hackbädchen. Die sind bestimmt richtig geil. Also erstmal ein Stück Hackbädchen her probieren. Einmal. Schön saftig, weil sie ja mitgekocht sind. Und jetzt müssen wir noch die Nudeln. Oh, da kommt schon der Parmesan raus. Jetzt hier noch ein paar Nudeln. Noch ziemlich heiß. Verbrennen uns mir mal wieder das Maul nur für euch. Richtig leckere Geschichte. Alles aus einem Pott. Richtig lecker. Gar nicht so viel Aufwand. Gar nicht so lang. Richtig lecker. Also wenn ihr das mal nachmacht, sagt mir mal Bescheid. Vielleicht was ihr noch geändert habt an dem Ganzen. Auf jeden Fall unbedingt mal nachmachen. Und lasst mal ein Abo da. Dann verpasst ihr so Rezepte nicht mehr. Schaut vielleicht auch mal auf Instagram vorbei. Da findet ihr solche Sachen immer, wenn es gerade gemacht wird. Also ein Tick früher. Seid ihr näher dran. Und ich würde mich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und Tschüss. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.